Ich weiß nicht, ob es richtig ist, das Video überhaupt zu machen. Ich weiß auch nicht, ob ich das Video jemals veröffentlicht werde. Ich weiß nur, das ist kein normales Video. Das Video ist vielleicht sogar unangenehm. Viele von euch haben das schon vermutet. Ich habe einen Trauerfall zu beklagen, der mich so stark aus der Bank geworfen hat, dass ich gar nicht weiß, wie es überhaupt weitergehen soll. Denn tagtäglich kriege ich aufgrund meiner Videos jede Menge Kommentare, Anfragen, auch von Herstellern, von Gott und der Welt. Momentan fühle ich mich aber einfach nicht in der Lage zu antworten. Jeden kann ich sowieso nicht antworten, aber jetzt im Moment geht es halt einfach gar nicht. Daraufhin werde ich beschimpft von Kooperationspartnern, 100.000 Mal angeschrieben. Das ist einer der Gründe, warum ich das Video mache. Bitte, 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 jeder, der das Video sieht und irgendwie mit mir zu tun hat, loszehnt halt einfach mal ein bisschen Zeit. Man fühlt sich gut, man fühlt sich erfolgreich, weil man eine Firma auf die Füße gestellt hat, weil man in der Handwerkskammer dabei ist, weil man in der Innung dabei ist, weil man sich politisch engagiert, weil man in Vereinen irgendwie dabei ist, das Ehrenamt, Ehrenamt ausführt. Und dabei vergisst man irgendwie, was wirklich wichtig ist. Den Dreh- und Angepunkt, das verliert man irgendwie, seinen eigenen Mittelpunkt verliert man aus, die Augen, und das führt zu unwahrscheinlichen Schuldgefühle. So oft sagt man, ja, dafür ist ja später noch Zeit. Es geht jetzt nicht, weil ich muss irgendeinen ganz wichtigen Kunden, irgendeinen wichtigen Auftrag, in meinem Fall jetzt aufgeletzt, das Video ist ganz wichtig, der Kooperationspartner ist ganz wichtig. Ah nein, das können wir verschirmen, das geht jetzt noch nicht, weil ich muss irgendwo in irgendeiner Sitzung oder in irgendeinem Ausschuss oder irgendwo dabei sein. Und alles das ist sowas von uninteressant im Nachhinein, das ist so uninteressant. Scheinbar war alles immer wichtiger als Familie, das aber eigentlich das Wichtigste sein sollte. Ich muss das Ganze im Moment irgendwie Revue passieren lassen, muss mir Gedanken machen, wie ich das jetzt alles neu sortiere. Der eine oder andere wird sich fragen, was passiert mit dem Kanal Proof, mit den Videos und so weiter. Es wird wahrscheinlich schon weitergehen, wenn ich irgendwann so weit bin und wieder irgendwie Gerät ausschauen kann, mich selber im Spiegel anschauen kann, dann wird es wahrscheinlich wieder weitergehen. Aber bitte, bis dahin, lasst die Zuschriften, habt es nicht sauer, wenn ich auf eine Frage und so weiter nicht sofort reagiere. Es geht für den Moment einfach nicht. Und Kooperationspartner, für euch geht bitte das Gleiche. Leute, nehmt ein bisschen die Geschwindigkeit aus eurem Leben raus. Denkt nach drüber, wo es wirklich wichtig ist und kümmert euch um eure Familien. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder.